Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play Rescue the Tycoon Game. Jawohl, jetzt habe ich auch das ganz deutlich gesagt. So jetzt wir haben auch ein paar Notfallantragsalarme. Was ist das jetzt? Das ist wieder etwas kompliziert bestimmt. Okay, aber ich muss auch schnell reagieren. So, SWAT Ausrüstung brauchen wir. Okay, Polizei Fahrzeug. Nein. Okay, SWAT Ausrüstung. Jawohl. Und Ausrüstung. Okay, Masse Control. Okay. Dadurch geht das auch sofort los. Mit Ansatz wieder. 6, 8. Uh. Aber das lag nicht. Ich muss wieder andere Teams dazu senden. Jawohl. So viele Polizisten sind auch nicht so im Ansatz. Sie sehen auch. Okay. 13 auf 16. Okay. Das ist lang schön. Okay. Aber uh. Kontamination Anzug brauchen wir. Okay. Dann das heißt, ich muss wahrscheinlich zwei. Okay. Medizine. Oh je, oh je. Das wäre zu schwer für die Fahrzeuge. Okay. Okay. 3 auf 4. Okay. Erste Hilfset. Okay. Äh. Jetzt Personal brauchen wir. Jawohl. Oh je, oh je. Das wird kompliziert. Diese. Okay. Es langt. 80%. Okay. Nicht. Angriff in der Wildnis. Okay. Aber uh. Da habe ich schon. Okay. Erste Hilfset. Okay. 1, 2. Uh. 1 langt. Okay. Hopp. Entsende. Jetzt Feuerwehr. Oh je, oh je. Und ich habe auch die 100 Punkte nicht genommen. Oder bekomme ich die danach. So. Äh. Ölpest. Okay. Ölpest. Gefahr. Schützanzug. Okay. Äh. Da brauchen wir. Da brauchen wir. Erstmal. Den äh. Tf4000. Okay. Drei Leute. Okay. Erstmal drei Leute. Okay. Zwei. Drei. Okay. Es langt doch. Okay. Nein. Die 100 Punkte habe ich nicht. Okay. Drei Patienten. Nicht genug. Diagnosestation. Okay. Uh. Da muss man. Ich habe sowieso. Äh. Wir müssen Diagnosestation wieder bauen. Okay. Aber wir haben auch jetzt hier Platz. Diagnosestation. Ja. Jetzt auf einmal bauen wir die ganze Diagnosestation. ne? Okay. Behandlungsraum. Äh. Diagnosestation. Hier war das. Okay. Dann machen wir eine Diagnosestation. Äh. Hab ich geklickt? Nein. Nein. Ich habe nicht geklickt. Bei Diagnosestation. Okay. Da du ich. Machen wir zwei neue. Weil. Auf einmal. Wir machen. Wir haben so viel Ansatz. Okay. Fahren Sie. Ja. Jawohl. Ja. Okay. Okay. Uh. Da ist wieder ein. Etwas kräftiger für uns. Wieder. Okay. Okay. Moment. Okay. 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 Jetzt ist wieder Alarme. Ernst. Lebensmittelvergiftung. Okay. Okay. Äh. Uff. Da haben wir auch nicht so kranker Wagen. Okay. Äh. 1, 2. Okay. Okay. Das langt auch. Diagnosevergleichschlag. Keine Diagnosestation war rechtzeitig verfügbar. Ja. Jetzt äh. Ich kann auch nicht. Überall alles haben. Ich habe sowieso hier auch keinen Platz mehr. So. Ich habe eine Diagnosestation. 2. Okay. Vielleicht muss ich mehrere Diagnosestationen bauen. Äh. Das wäre auch die Möglichkeit. Ja. 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 Ich baue noch äh. Eine Diagnosestation mehr. Weil äh. 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 Behandlungsraum. Äh. Da könnte man auch erst mal die. Was ist das hier? Orthopädie Station. Okay. Das könnte man auch äh machen. Es wäre auch vielleicht auch äh. 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 Sehr wichtig. Dass man kann auch äh die Leute auch behandeln. Falls das jemand hat sich etwas gebraucht oder so. Okay. Dann wieder äh. Äh. Nicht genug. Radiologie. Station. Okay. 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 Ja. Aber. Ich könnte auch nicht äh. Ich habe auch nicht überall Platz. Äh. Leute. Das nimmt auch viel Platz wieder. Moment. Mal schauen. Wir schauen. Äh. 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 Notarztwagen. Okay. Okay. Und. Eins. Zwei. Uh. Es langt auch nicht. Ich muss noch eine kranke Wagen dazu sende. Okay. Okay. Dann. Eins. Zwei. Uh. Aber was brauche ich? Modi. Okay. Hm. Jetzt auf einmal muss ich mehrere Wagen dazu sende. Okay. Gut. Aber ich habe immer noch 66 Prozent. Okay. Haha. Was brauche ich noch? Sanität. Neun. Plus neun Überschuss. Okay. Äh. Ja. Pff. Ich sende. Äh. Ich habe auch keine Wahl. Okay. Überschlösen. Okay. Uh. Ich habe auch keine Ausrüstung für Massenkontrolle. Ja. Weil das ist gerade am Reparatur. Okay. Äh. Streifewagen. Erstmal. Hop. Hop. Zwei Stück. Q9 Anheit. Okay. Äh. Da bin wir okay. Erfolgreich. Okay. Uh. Aber jetzt. Äh. Habe ich überhaupt noch. Boah. Doch. Ich habe noch eine kranke Wagen im Ansatz. Okay. Aber ich hoffe noch Personal zu haben. zu habe. So. Erstmal. Otto. Angriff. Okay. Äh. Uh. Da brauchen wir nochmal. Auf. Notfall. Wagen. Okay. Oh. Das wird auch kompliziert. hier wieder. Okay. Erstmal. Äh. Äh. Jawohl. Ich könnte noch sogar. Feuerlöscher mitnehmen. So. Noch. Eins. Zwei. Okay. Fünf. Sechs. Acht. Äh. Achte. Ja. Neun. Okay. Neun. Feuerwehr. Send ich mit. Okay. Ah. Normal. Ich brauche. Vier Feuerlöscher. Aber gut. Ich habe leider keine. Vier Feuerlöscher. Ah. Es muss doch passt. So. Ich brauche noch. Streife Wagen. Okay. Okay. Ich. So. Bestimmt. Wieder nach dem. Äh. Kranke Wagen. Jetzt. Kranke Wagen. Okay. Aufgeladene Notfallwagen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Ja. Sie sehen auch. Ab und zu. Das ist. Kompliziert. Alles. So. Drei. Patient. Ist. Angekommen. Okay. Aber gut. Mittlerweile habe ich auch keinen Platz mehr. Leute. Ich habe auch bald keinen Platz mehr. Wenn. Ich muss alle Notfall. Beantworten. Ich habe auch keinen Platz mehr. Oh. Da fällt uns die platze. Vielleicht muss ich diese. Fahrzeug. Weg machen. Und. Aber. Problem ist. Da sind wir auch nicht mehr so schnell. Mit dem Ansatz. Okay. Da haben wir wieder. Punkt. Ein Patient ist angekommen. Okay. 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 Die Ortliche. Gemeinde. Grafik. Das。 bald. Straße. Bewegung stattfinden. Okay. Oh je. Oh je. Oh je wei. Okay. ok feuerlöscher muss ich auch mitnehmen ok 1 2 3 2 auf 2 ich kann auch nicht mehr so viel mitnehmen ok aber ok das langt auch schön so was ist das hier gesellssituation ok schatz scharfschützerrüstung ok wenn das ist ein gesellt aktion dann brauchen wir auch erfahre leute dazu 6 ja das langt auch 6 leute ok jetzt was haben wir hier über 50 ok wasserschade doch pumpe haben wir dann ich werde sagen man schickt diese tlf 3000 mit top pumpe ok aber ich habe auch nicht mehr so viel ok es langt so aber was ist mit unserer master control ich habe das nicht repariert ok nicht genug diagnose erste hilfe set beschädigt ja 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 das muss man auch immer achten weil es dann gibt es mit dieser station nicht zu verarbeitet ok aber so viel ansatz sind wir sehen dass wir haben sechs ansatz im moment und schnell müssen auch die patienten auch weg da brauchen wir noch eine radiologie station ja aber da habe ich auch keinen platz mehr ok ok jetzt sammeln wir die punkte ok aber jetzt ich kann auch nicht mehr die aufgeladen notwagen notfallwagen beschädigt ok ja jetzt muss man alles reparieren wieder nicht genug radiologie ok aufgeladen ok noch einmal das repariert ok q9 anheit verletzt ok top pumpe beschädigt ok erste hilfe beschädigt ok gut das wird nahrungsmangel ok jetzt haben wir alle crew verletzt ok wir haben jemand der verletzt ist ok das wusste ich auch nicht einige crew mit mitglieder sind verletzt sie werden sich nach ein paar schichten erholen ok oh ich habe jetzt ansehen stift 3 ok zuschuss erhalt ok das könnte man auch bekommen oder 13.000 ok aber für den moment aktuelle kontext stand ok annehmen verfahrt ok ich habe nie moment wie viele mitarbeiter und alle diese berufe ok in schicht arbeit an 30 50 ja wir haben auch gute ein gute belegungen sie sind auch gut die kranke station muss man trotzdem weiter auf rust aber das geht auch um die finanz muss man auch immer alles achten ja die finanzbericht da habe ich auch nicht ok finanzerbericht da muss ich auch erst mal zuschuss könnte ich auch zuschuss erhalte ich habe schon zwei auf zwei ok dann werde ich meine ganze sterne und wendel jawohl weil sonst haben wir auch ein problem so erfolgreich das fall ja sowieso wir bekommen auch wieder ein paar punkte dazu diagnose geschlagen ok 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 jetzt wieder es geht los osbrand ok da brauchen wir sowieso unser fahrzeug spätial so 1 ok lüftung nehmen wir auch die lüftung 2 ok 3 es langt ok was haben wir hier hinterhalt im park aufrüstung ok für massekontrolle ok brauchen wir noch mal zwei polizisten ok dann streifewagen 1 2 ok es langt auch das land ok ok und ihr was ist das friedliche protest ich habe leider keine muss ich vielleicht wie viel wir haben fünf stunden zeit ok ich brauche sechs polizisten im gesamt achten polizisten ok ok gut moment mal das könnte man auch jetzt machen jetzt machen es ist auch nicht so schlimm weil ich muss jetzt wieder in diese versorgung versorgungsraum und zum massekontrolle ja puh 15.000 ok ich hoffe dass ich habe noch platz ok 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 das war auch nicht ihr meine plan ich will das irgendwie ja ihr könnt man das ansetzt ok das street festival ist fast vorbei ok ja und das ist auch ihr das street festival ja ernst lebensmittelvergiftung ok 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 da brauchen wir vier leute dann krakenwagen ok so 4 3 leute könnte ich nur senden ok und das langt auch schön mit zwei warnung für radio was ist das die radiologie war nicht rechtzeitig verfügbar ok 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 ja leider habe ich das problem mit radiologie habe ich muss auch was machen friedliche protest ok da könnte man das auch jetzt ausführen da brauche ich nur sechs polizisten aber gut ich denke dass mit drei lang das schön ok 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 jetzt ja radiologie könnte ich auch jetzt neue ansetzen ja weil ihre ist keine radiologie ok ok da muss man auch immer achten behandlungsraum ok radiologie 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 oh das ist auch groß sie sehen auch da mal auch nicht so viel platz ok moment das könnte ich auch jetzt hier ansetzen ok so dann haben wir zwei mal radiologie stationen ok ja es kommt es kommt nicht genug radiologie stationen aber doch jetzt haben wir oh aber jetzt 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 kommt die ansatz panik beim food fest ok ich habe auch keine ausrüstung für massecontrol ok 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 noch einmal wir brauchen so viele ausrüstung für massecontrol ok da muss ich auch erstmal schauen wie lange dauert das drei stunden ok was ist das ihre ich könnte sowieso jetzt gerade ok krakenwagen ok 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 vielleicht ich muss trotzdem noch noch diese massausrüstung wieder kaufe ich habe auch gedacht dass wir noch einmal einmal liegen diese sache und dann alles gut aber sie sehen auch nein da brauchen wir auch trotzdem ok jetzt könnte man das auch behandeln so wir können diese street food action wieder vermeiden ok 1 ok 2 2 3 4 ich muss auch viel polizist darüber sende ok ob das land und wohnung für die radiologie raum ok aber ich habe ausrüstung für ok schon wieder kaputt ok so ok speicher überschritt beweis da muss man auch wieder alles wieder kaufen für die speicher ja leider leider die die schreibe bewahrung ja da muss man das wir müssen das immer kaufen leider ok jetzt ansatz ansatz mit feuerwehr unbekannt chemikalien ok tlf 4000 jawohl drei leute sollte auch dazu gehen ok gefahr schützanzug ok man könnte auch sogar noch der tlf 3000 dazu sende ok 1 2 ok 3 ok land und so jetzt ansatz für polizei und polizei und feuerwehr autunfall ok da brauchen wir auch nicht etwas besonderes 5 leute sollte funktionieren ok 1 2 3 4 5 ok wenn ich mache so wie das ist ihr gezogen zwei polizei und streifenwagen 1 ja jetzt landt auch schön ok so jetzt illegal lagerfeuer ok da brauchen wir polizei mit massen control ok erst mal uff feuerwehr ok wie viel feuerwehr brauchen wir acht stück normalerweise ok popopopop lüftung nehmen wir auch mit das erreur auch die die mannschaft wert ok 73% das muss auch funktionieren oder korn jetzt haben wir jetzt haben wir erschöpft erschöpfe ach ok gut setzen wir ihn dazu ok jetzt brauchen wir die äh polizisten äh nein nicht die polizei verfolgt uff streifenwagen Ok, Masseausrüstung und Kontrolle habe ich auch keine dazu, ok, aber die sind alle im Ansatz, ja leider, leider. Zwei Patienten sind angekommen, ok. Notfall erfolgreich, ok. Ausrüstung für Massekontrolle, ok. Ok, oje, oje, aber so viel gefangen jetzt auf einmal, drei Stück. So, jetzt, ich schaue mir das auch ganz mit euch, oh, Warnung für die Orthopädie, die Orthopädie Raum war nicht verfügbar, ja. Ich habe nur einen orthopädischen Raum. Ok, was haben wir? Ok, kein Problem. Oh je, oje, da ist noch der Ansatz. Ok, 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 Moment, Moment, Moment. Panik beim Streetfood, beim Foodfest, ja. Das ist auch wieder die Sache. Ok. Ok, dadurch senden wir auch wieder das Land. Oh je, oh je, ich habe auch nicht geklickt, wieder auf, aber das kommt. Ernst, Lebensmittel, Vergiftung, ok. Zwei, das Land auch, ok. Vier Patienten sind angekommen, ok. Ein verdächtiger ist angekommen. Warnung für die Orthopädie Station. Oh, oh je, oh je, Diagnose-Fellgeschlag, oh je, oh je. Jetzt, das ist diese Streetfood-Panik. Da haben wir auch nicht mehr so viel Platz jetzt, oh je, da muss ich auch gucken, dass man auch wieder, ok, ok, Moment, Behandlungsraum. Ich werde sagen, wieder Belebungsstation, Schalt mal frei. Wo könnte ich das auch jetzt einstellen? So viel Platz haben wir auch nicht mehr. Ach, das ist auch die Sache, dass ich kann auch nicht überall alles ansetzen? Nicht genug, Radiologie-Station, ah ja, haha. Ich habe auch keinen Platz mehr, ah ja, 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 ja. Okay, okay, Moment. Gefahrschütze, äh, okay. Gefahrschütze, äh, wo ist das? Ah, ja, 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 Moment, Moment, jetzt, jetzt ist auch wieder Panik. Ausrüstung, äh, Masse-Control, okay. Ja, jetzt ist nicht genug, Radiologie-Station, aber ich habe auch keinen Platz mehr. Soll ich etwas verkleinern? Ah, das ist, skippst doch nicht jetzt, woll mal. Okay, okay, alles zurück, okay. Ein Crew verletzt. Drei Patient, äh, Patient ist angekommen, okay. Okay, 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 jetzt, ja, wir brauchen auf einmal Radiologie-Station, aber, hm, ich habe auch keinen Platz. Ich kann auch nicht, äh, ei, 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 ei. Okay, okay, wir haben auch wieder ein paar Ansätze, aber gut. Dann mache ich auch diese Folge am Ende, das wird so stressig jetzt auf einmal. Ich werde auch das Spiel hierher beendet und, äh, ich werde noch etwas aufnehmen, äh, später, auf eine spätere Zeit. Aber das kommt immer noch weiter hin auf meinen Kanal. Wir werden sehen, wie das ganze Szenario abläuft. Und dann wird auch das Projekt auch am Ende, weil ich will auch nicht, äh, das ganze andere, äh, Kampagne machen. Für den Moment, wir machen nur Berlin. Das ist mein Ziel. Und dann, wenn das ist auch abgeschlossen, dann ist auch okay. Gut, ich wünsche euch alles okay, äh, alles gut weiterhin. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Bleibt sich dran und ciao, macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020